das muss aber rausgehen eigentlich ich bin mitten unter den extreme so wird auch langsam nacht dann kann man besser rüber mit der hand so einen blöden ofen zu zerschlagen dauert ja echt 100 jahre und dann ist er weg der droppt nicht wenn man die betanze schlägt war da noch was drin? nee nee war nicht drin mach es so du haust aber auch da drauf voll geil war ich immer die liste links ist schon geil was sollen wir denn bauen jungs? schlag mal was vor also ich meine wir haben euch jetzt hier live mit im chat und dann wollen wir natürlich auch dass ihr euch beteiligt und dann möchten wir jetzt mal ein paar vorschläge was sollen wir bauen lass das mal sein das nervt doch nur igloo schwimmendes haus hier in der bucht ein schönes haus hier mittendrin in der kleinen lagune boah ich bin mal kurz ein bisschen weg mal so ein paar minuten bevor man also bis man hier wieder leben kann boah du bist die Beine verfebt der müffelt aber auch ein bisschen ja ein bisschen sehr der müffelt Junge oh oh fuck ja bissig 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 oh hier hab ich ein Püpschen hingelassen doch dann fahr mich erst mal ein bisschen Holz Holz brauchen wir immer zum Bogen boah ich könnte mir eine Zirette nehmen und ich bin ganz schön voll gefressen das ist die scheiße wenn man hungrig einkaufen geht ist immer schlecht schwächelst du schon oder was? hm? ja am gehen und so ja ich denk so 2 Stunden kann ich noch lacht der? das ist nicht zum lachen das tut doch ernst das ist ernst ne? das ist ein Insider glasraum unterrasse ein Haus in Farbe eines Creepers ja wie wärs wir sollen ja darin leben wie wärs wenn wir denn einfach äh ein Enderman, Creeper, Zombie und Skeleton bauen und die strecken ihre Arme so in die Mitte aus so mit zusammen gemachten Händen weißt du? aber weil das hat nämlich mehrere Vorteile erstens brauchen wir nicht so lange um die ganzen Sachen zu farmen zweitens dauert es nicht lange das zu bauen und drittens ist es auch nicht vollkommen unnötig aber ich find so ein Haus hier auf dem Wasser gar nicht so schlecht ne mit Stützen Junge mit Stützen brauchen wir viel Holz seit ich das äh so sagen tue hast du noch so ne Axt? ne ich hab mal ähm da drun gelassen in der Kiste warte ich mach mal wieder zu so halbwegs das ist ja irgendwie so gefährlich hier seit wann haben Creeper Arme? prächtigte Frage war das? seit wann Creeper Arme haben? ja nie? ne nicht wirklich was? links bäume töten kinderspiel wir töten die bäume wenn Greenpeace das sieht wenn Greenpeace das sieht du bist auch nur Bäumchen abhacken ne spannende Arbeit voll spannend super toll total abwechslungsreich und action pur ja die wehren sich auch immer ne so genau werf mit Blättern nein er schmeißt mit Blättern lauf um dein Leben Blättern Venedigsweil Blättern ich spreche noch Blättern wo ist denn unser Pimmel? ich seh ihn nicht mehr wo bist denn hingelaufen? keine Ahnung muss aber schon ein ganzes Stück sein bei dem Pimmel dass du den nicht mehr siehst naja ich bin im Wald was immer was immer was ich war hoch wie hab ich dich grad hochgemauert um mal zu gucken wo er ist ja aber so sieht man ihn auch nicht das war schon in Ordnung warte doch auf damit das ist doch einfach nur nervig wenn du was auf die Tastatur hemmasst find's cool wo ist denn ich ja drüsten wir wollen den ganzen Abend schon hier mal erscheinen ich will ja drüsten so ich glaub ich geh schon mal Holzfähle verbauen ja die machen wir direkt aus richtigen Holzblöcken oder? jo ne das dürfen keine Bretter sein ne oder Zaun aus Zaun so dünne Stelzen ok oder dicke machen ich mein so ein Holzblock ist natürlich auch relativ wertvoll ne ja stehst aber mehr auf dicke ne mhm super ja wir können auch ein paar Henrietten scheren Henrietten Henrietten mhm 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 so also die Stelzen aus Zaun nur 8 Zaun habe ich da draus gekriegt Gaby ja ich muss mal kurz die Leute unterhalten ich muss mal eine rauchen ich hab grad einen totalen Liedigkeit eingefallen was hat das mit rauchen zu tun? viel ich muss mal aufstehen mal kurz verschlüpschen ich brauche eine halbe ey jetzt mal ernsthaft warum hab ich dann nur 8 Zaun raus gekriegt ist ja total lächerlich so jetzt hab ich ein bisschen was ja dann müssen wir jetzt mal gucken wo bauen wir das Ding denn hin also wir können ja auch tatsächlich mehrere bauen und dazwischen immer so eine kleine Wasserstraße lassen und dann schöne Brücken drüber also wirklich so richtig Venedig style Venedig bauen wir einfach mal hier so einen einen hoch äh ich krepier ja gleich hat man noch Klippe an? nee nee so eine Stelze so eine Stelze boah Holz, 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 Bau jetzt schnell wieder hoch sonst war's das gleich so nein ach Gott krieg ich das überhaupt so kaputt hier im Wasser? wahrscheinlich nicht aber das Wasser so verdrängen das sieht ja irgendwie ein bisschen blöd aus na gut machen wir nichts so dann machen wir uns ein paar Birkenholzbretter und dann schaffen wir damit mal so ein kleines Fundament hier entwickelt make ihr lustig Untertitelung des ZDF für funk, 2017